So, Servus auf meinem Kanal hier. Ich habe jetzt gerade eben im Stream wieder eine schöne Situation gehabt, die einfach so mega funny war, dass ich einfach mir gedacht, da muss ich ein YouTube-Video drüber raushauen. Wir haben hier einen epischen Sieg eingefahren, aber der Weg dahin war einfach nur legendär. Ich musste zwischenzeitlich meine Unterhose nochmal neu wechseln. Ihr werdet gleich sehen, warum. Es ist mega witzig. Ich habe bei den Clips selbst mindestens achtmal angeguckt und habe mich selber über mich kaputt lachen müssen. Wir ziehen uns jetzt einfach mal schön gemeinsam rein und gönnen uns einfach mal die Dummheit der Menschheit, so. Du kannst Rampe bauen, ne? Nein. Du hast gesagt, du warst mal eine Rampe. So habe ich das verstanden. Hier, lass uns das Gebäude verstecken. Wirklich? Ja, Mann. Ist mir egal. Ich habe eine. Alter. Es ist einfach wieder passiert. So, und das ist nämlich genau das Ding. So eine Situation ist uns schon mal passiert, womit wir dann auch einen epischen Sieg eingefahren haben, wo wir uns dachten, komm, lass uns da drin wie die Pussys verstecken, so. Also, es war einfach so dermaßen scheiße lustig, dass uns einfach wieder dasselbe wieder passiert ist, wie in dieser Situation. Weil wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir wieder auf so zwei Idioten treffen, die einfach die gleiche dumme Idee haben wie wir und sich einfach in diesem Scheißgebäude da drin verstecken. Ich habe mich so pervers erschrocken, weil ich null damit gerechnet habe, dass da einfach zwei Idioten da drin stehen. So, an der Stelle verabscheue ich mich. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gehabt wie ich. Also, ich hatte Tränen in den Augen danach vor Lachen, weil mein Gesicht einfach dabei, das ist so aufgerissen. Da passen locker keine Ahnung wie viele Döner rein. Ach, schön. Tschau.